Der Obertromer Kirchtag wird immer im April, am 23. April gefeiert. Das ist das Patrozinium in Obertrom. Und die Feier bei Obertrom veranstaltet den Kirchtag circa seit 18 Jahren Topperngerätehaus. Heuer haben wir von Elfe weg gespielt der Ebser-Kaiserklang. Nachmittag geben die Schubladdler für Oberlinz-Einlagen und oben spielt die Goldträder-Musik. Das ist schwer zu schätzen. Wir haben 30 Garnituren aufgestellt und die sind alle Jahre voll. Oben ist es sicher voll, es sind 200-300 Leute. Musik Untertitelung des ZDF, 2020